dieses mal machen wir ein wenig hausmannskost es hat erst mal so direkt nix mit retrocomputern zu tun aber auf der anderen seite dann doch wieder es soll ja mal vorkommen dass alte gerätschaft nicht mehr so richtig arbeiten wollen und dann gibt es drei möglichkeiten das ding jemandem geben der sich damit auskennt das teil weg kloppen und mit dem verlust bzw den kosten eine ersatzbeschaffung leben oder man begibt sich eben selbst auf fehlersuche und hierbei reden wir heute nicht vom software debugging also vom austreiben des gurus sondern von hardware quatschen wir heute mal eine runde über das was ich irgendwann so vor 225 jahren mal gelernt habe reden wir über elektrotechnik und hier präzise über das messen hier ist der chips 45 rudimentäre elektro grundlagen für den heimgebrauch jedes schulungsvideo zum thema elektromesstechnik beginnt stets mit den sicherheitsregeln was auch an und für sich sehr lobenswert und richtig ist schließlich lauert hier in diesen löchern da potenziell der tod jedoch glaube ich mittlerweile die pappenheimer zu kennen ihr wisst ganz genau was die fünf sicherheitsregeln sind freischalten gegen wieder einschalten sichern spannungsfreiheit feststellen erden und kurzschließen benachbarte unter spannung stehende teile abschirmen oder abschranken und haltet ihr euch auch dran ja klar logisch wie konnte ich nur danach fragen also ich reite darauf jetzt nicht herum und mache es mir einfach auf dieser seite vom netzteil hier der kenner erkennt hier ein amiga netzteil da haben wir nichts verloren zumindest dann nicht wenn wir nicht tatsächlich ahnung von der laterne haben da sind 230 volt drin die können nicht nur wehtun sondern einem auch das licht auspusten also hier flossen weg so das gleich mal zu beginn wir beschäftigen uns mit der seite die im schlimmsten falle warm oder gar heiß werden kann die gegebenenfalls auch mal qualmen und stinken kann nicht dass wir uns hier falsch verstehen das kann nach wie vor eine quelle für verletzungen sein man bedenke hierbei nicht nur die direkten folgen wie etwa ein verbranntes fingerchen sondern auch die sogenannten sekundären effekte da zerknallt beispielsweise mal ein bauteil und vor schreckt kippt ein rückwärts vom stuhl punkts mit genick auf die tischkante und feierabend kein sehr rühmlicher abtritt von der bühne was ich sagen will dürfte rüber gekommen sein vorsichtig sein auch wenn wir hier nur kleine ströme und spannungen erwarten können den elektrischen strom kann man in aller regel weder sehen noch hören oder riechen und das macht ihn zu einem recht fiesen zeitgenossen legen wir mal los mit ein bisschen theorie das muss einfach sein aber keine bange ich halte es so kompakt wie möglich leider geht es nicht ohne denn sonst bleiben einfach zu viele fragezeichen übrig noch der hinweis an die vollprofis gewiss ist vieles von dem was ich zeige und sage nicht 100 prozent lehrbuch konform also darf ich jetzt mal um die geschätzte aufmerksamkeit bitten dieses gerätchen das wir hier sehen nennt sich multimeter genauer ein digital multimeter kurz dmm das ist somit unter das einfachste handwerkzeug mit dem wir tatsächlich messen können und nicht nur wie etwa mit einer simplen klimmlampe schauen können ob da nun saft drauf ist oder nicht nein dies ist ein messwerkzeug welches messwerte liefert dieses hier ist ein hobby gerät von voltkraft hat mich seinerzeit 28 euro gekostet ist also echt nicht gerade die hochschule aber für einfache dinge des lebens erreicht es aus was können wir damit messen wollt jo klar wollt die bezeichnung hat jeder schon mal gehört hat man ja überall 230 volt sind auf der steckdose 12 volt im auto 24 volt im lkw das hier ist ein 9 volt block und das hier eine 1,5 volt batterie wobei die bezeichnung primärzelle hier korrekter wäre aber scheiß drauf jeder sagt batterie also auch ich nur was ist jetzt ein volt was das genau ist was 1897 nach dem italienischen physiker und batterie erfinder alessandro giuseppe antonio anastasio graf von volta benannt wurde lässt sich gar nicht so einfach beschreiben volt ist die einheit für die elektrische spannung ohne spannung geht nichts ich vergleiche die elektrotechnik gerne mit der welt des wasses eine welt die mir als feuermann sehr nahe liegt und die man auch als gänzlich elektrotechnisch unbeleckter einfach verstehen kann nehmen wir also mal an wir haben dieses becken hier gefüllt mit wasser alles ist schön gleichmäßig verteilt es gibt keine unterschiede alles quasi ein einheitsbrei damit kann man nicht allzu viel anfangen dieses wasser da kann keine arbeit verrichten kann beispielsweise keine mühle antreiben damit dies möglich wird brauchen wir ein gefälle also einen höhenunterschied durch den wir uns die tatsache zunutze machen können das wasser steht von oben nach unten eben der schwerkraft folgend fließen möchte heben wir also nun einen teil des wassers nach oben so verpassen wir diesem wasser ein anderes niveau ein anderes potenzial dessen höhe oder betrag aus der höhendifferenz zum unten gebliebenen wasser dem bezugspunkt steht noch passiert hier immer noch nichts noch fließt hier nichts aber es könnte nun etwas fließen die möglichkeit ist durch den potenzial unterschied gegeben in der elektrotechnik ist es genauso hier werden keine wassermassen geteilt sondern elektrische ladungen genauso wie das wasser welches nach unten fließen möchte ist es das bestreben der elektrischen ladungen sich gegeneinander auszugleichen zwischen unserem plus und unserem minuspol hier besteht also ein potenzialunterschied und eben diesen messen wir in der einheit der elektrischen spannung dem volt auch hier bei der steckdose ist es nichts anderes nur dass wir hier wegen des wechselstrom es nicht von plus und minuspol sprechen sondern von der phase und dem neutralleiter das prinzip ist aber das gleiche zwischen den beiden kontakten hier besteht ein potenzialunterschied eine spannung in höhe von 230 volt damit ist eine grundvoraussetzung gegeben dass elektrische arbeit verrichtet werden kann das werkzeug welche sich hier verwendet nennt man umgangssprachlich duspol ein zweipoliger spannungsprüfer an 230 volt geht man nicht mit einem multimeter das ist zu fummelig zum einen und von anderer seite zu gefährlich denn die meisten billigen multimeter sind dafür weder geeignet geschweige denn zugelassen wie überall wo man rechnen kann gibt es auch in der elektrotechnik formelzeichen so hat die elektrische spannung als formelzeichen mal das große verpasst bekommen an unserer batterie hier messen wir also mit unserer multimeter nun 1,5 volt ja wie jetzt was 1,5 volt 1,5 volt bezogen auf was von wo nach wo darauf muss man beim messen generell immer achten gilt übrigens bei wirklich allem nicht nur bei der elektrotechnik frei nach albert einstein ist im universum alles relativ wir können also etwas nur dann messen wenn wir einen bezugspunkt haben ist ja bei der geschwindigkeit beispielsweise genauso mal angenommen ich fahre entspannte 120 km h auf einer schnellstraße ja schön aber 120 km h in bezug auf was logisch auf die straße unter mir das ist mein bezugspunkt wenn ich aber den bezugspunkt auf ein auto lege welches 100 km h fährt dann bin ich gemessen wie schnell 20 km h und wenn in diesem auto einer drin sitzt der seine geschwindigkeit relativ zu mir misst wie schnell wäre er dann ja das ist jetzt witzig ne minus 20 km h und das macht auf der autobahn keinen sinn nicht mal im stau an unserer batterie hier ist es aber wichtig denn wenn wir die messung um polen also unsere rote messspitze welche eigentlich an den plus pol gehört an den minus pol anlegen und mit der schwarzen messspitze an plus statt an minus gehen dann müssen wir immer noch 1,5 volt aber eben negativ das klingt zwar super kiki easy sollte man aber im hinterkopf behalten überzogenes beispiel ich stelle mich auf einer planke 10.000 volt leitung und berühre eine andere leitung auf der die gleichen 10.000 volt anlegen was passiert nix weil die spannungs differenz null ist mache ich aber jetzt einen schritt zur seite auf die erde also auf null potenzial her dann ja dann dann was haben wir da denn noch dieses neckische zeichen hier ist das griechische und ist das formelzeichen für den elektrischen widerstand dessen einheit ganz auch nämlich um ist benannt nach dem deutschen physiker georg simon oben nachdem auch das sogenannte ohmsche gesetz benannt worden ist doch dazu später mehr die borg in star trek sagen zwar stets dass widerstand zwecklos sei doch die borg gewinnen in star trek ja auch nicht denn sie liegen völlig falsch korrekt wäre zu sagen ohne widerstand ist es zwecklos jede elektrische einrichtung der elektrische energie in irgendetwas anderes umgewandelt wird also physikalisch ausgedrückt in der arbeit verrichtet wird stellt eine art widerstand da selbst eine einfache kupferleitung hat einen wenn auch sehr kleinen widerstand das hier ist ein widerstand quasi in reinkultur ein bauteil welches nichts anderes machen soll als sich in einer schaltung dem stromfluss entgegen zu stellen widerstände gibt es aber nur äußerst selten in dieser reinen form dem sogenannten rhein ohmschen widerstand viel häufiger begegnen wir noch den anderen möglichen bestandteilen nämlich dem kapazitiven und dem induktiven widerstand da gehen wir nun nicht weiter auf tiefe nur so viel ein kondensator verursacht einen kapazitiven widerstand und eine spule einen induktiven widerstand das soll jetzt zur allgemeinen verwirrung erst mal genügen zurück zu etwas einfachen zu unserem wasser wenn das wasser einfach nur frei weg nach unten saust bringt es uns sehr effektiv gar nichts und damit wir einen nutzen aus dieser strömung diesen strom ziehen können brauchen wir etwas was die energie des stroms aufnimmt und in die art energie umsetzt welche wir haben wollen hier als beispiel mal unsere mühle erst jetzt ist der aufbau komplett und macht sinn die schaufelblätter der mühle sowie das schaufelrad und dessen lagerung repräsentieren den widerstand in einem elektrischen aufbau wird das teil welches sinn und zweck des gerätes darstellt auch als verbraucher bezeichnet wobei die bezeichnung an und für sich falsch ist denn es wird ja nichts verbraucht nach den gesetzlichkeiten der energie ist energie nämlich erst einfach mal da sie kann zwar umgewandelt werden in andere energieformen aber sie wird nie verbraucht eine glühlampe beispielsweise setzt die elektrische energie um in sichtbares licht und wärme 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 ist eh das dankbarste nebenprodukt welches wir überall finden wenn die energie mal nicht zu 100 prozent in eine andere energieform gewandelt werden kann dann wird sie eben zu wärme wärme die durchaus zu hitze werden kann die dann problematisch ist für die elektronischen bauteile und daher über kühlkörper und ventilatoren abgeführt werden muss deswegen sind sogenannte moderne pcs ja eigentlich in der hauptsache fette heizlüfter und erst in zweiter instanz rechenmaschinen wenn wir da hingegen einen alten amiga 500 oder c64 uns anschauen da brauchen die chips nicht mal eine passive kühlung da die verlustleistung auch so ein begriff aus der elektrotechnik als die menge der wärme die nicht in rechenoperationen umgesetzt wird gerade mal hand warm wird sehen wir es mal aus ökosicht moderne schnelle prozessoren mit mega fetten kühlsystemen sind fürchterlich verschwenderisch wenn es um energieeffizienz geht zurück zu unserem multimeter damit die franzosen nicht so dar stehen als hätten sie gar nichts mit elektrizität zu tun wurde die einheit des elektrischen stromes nach andré marie die ampere benannt den elektrischen strom können wir uns als die menge an wasser vorstellen welche am strömen ist die maximale menge an fließendem wasser ist davon abhängig wie viel davon durch unseren widerstand passt anders als bei der wassermühle schwappt nämlich elektrischer strom nicht wie überschüssiges wasser einfach links und rechts vorbei der strom wird durch den widerstand begrenzt wenn wir also so gut wie keinen widerstand haben dann rauscht das wasser volle granate durch alles was geht beim elektrischen strom ist es genauso und volkstümlich redet man hier vom kurzschluss wobei dieser begriff auch nicht ganz richtig ist aber lassen wir das mal stecken haben wir keine leitende verbindung zwischen unseren batterie polen so ist der widerstand dazwischen praktisch unendlich unendlich hoch es tut sich also rein gar nichts schließen wir die pole kurz so ist der widerstand praktisch nicht mehr vorhanden und es fließt ein sehr hoher strom jetzt sind wir in einem gefährlichen bereich denn auch jede spannungsquelle in diesem fall die batterie hat einen internen widerstand bei einer kurzschluss situation gilt der schwächere gibt nach der draht wird aufgrund des hohen stromes heiß wärme verlust wir erinnern uns wenn der strom nichts anderes zu tun hat macht es halt warm und wenn es sein muss mit voller power aber auch unsere batterie wird nicht allzu lange mitspielen hier in unserem fall fackelt als erstes der draht durch damit dies in einer echten nutzbringenden schaltung nicht passiert machen sich sogenannte sicherungs elemente diese physikalische tatsache der draht in diesen kleinen glassicherungen oder hier in diesen kfz sicherungen ist genauso dimensioniert dass er den angegebenen nennstrom aushalten kann fließt mehr strom brennt er durch im häuslichen gebrauch treffen wir auf diese dinge hier die man landläufig sicherungsautomat nennt eine oft vorkommende größe hier ist 16 ampere übersteigt also der fließende strom 16 ampere dann erreicht ein bimetall im inneren eine bestimmte ausdehnung und batsch macht der automat diesen hier hier bestehe ich aber mal ausnahmsweise auf einer klarstellung des namens denn sicherungsautomat ist mir zu indifferent wenn nicht sogar irreführend diese teile nennt man fachlich korrekt ls schalter leitungsschutz schalter und daraus erkennt man schon den eigentlichen zweck dieser teile sie sollen die leitungen vor überlast und damit vor dem durchschmoren schützen sie sind also primär nicht zum schutz von leib und leben gedacht dafür gibt es diese dinge hier die man rcd oder fi nennt fehlerstrom schutzschalter diese schützen wirklich euer leben und dass eure lieben sie funktionieren auch ganz anders als ls schalter vereinfacht gesagt ist das ding so etwas wie eine waage welche den strom misst welche in die schaltung hineinfließt und welcher wieder herauskommt da wir gelernt haben dass sich elektrischer strom nicht verbraucht muss also der strom der wieder rauskommt genauso groß sein wie der der hineinfließt wenn dem so ist ist alles okay stellt der fi aber eine abweichung von mindestens 30 milliampere fest und das ist die gängigste größe bei uns es gibt auch andere dann schaltet der fi ab denn irgendwo muss ja strom das geschlossene system verlassen haben es muss demnach ein fehlerstrom vorliegen deswegen sollte jeder mal ganz scharf drüber nachdenken ob er solche fis bei sich zu hause im einsatz hat diese dinge sind die lebensversicherungen und nix anderes damit das noch mal ganz klar ist wenn auf einem netzteil oder einer batterie ein strom angegeben ist von sagen wir mal drei ampere dann bedeutet dies lediglich dass diese spannungsquelle im stande ist eine maximale stromstärke von drei ampere abzugeben es kann also keine spannungsquelle geben die zu viel strom liefert es wird immer nur so viel strom geliefert wie die schaltung dahinter fordert bzw ermöglicht beim wasser ist es ganz ähnlich eine feuerwehrpumpe die 1000 liter wasser pro minute liefern kann kann aber trotzdem nie mehr wasser raushauen wie es der angeschlossene schlauch zulässt wenn aus diesem eben nur 100 liter pro minute strömen können dann geht da eben nicht mehr macht man aber das loch vorne zu weit auf also theoretisch dass mehr als 1000 liter pro minute strömen könnten dann geht die pumpe in die knie weil sie ihren ausgangsdruck nicht mehr halten kann der wasserdruck entspricht sinnbildlich ihr ahnt vielleicht schon der elektrischen spannung überlasten wir also eine spannungsquelle in dem wir zu viel strom fließen lassen wie sie eigentlich maximal liefern kann dann bricht ihre spannung zusammen wundert euch nicht dass man all das netzgerät hier so verbastelt aussieht es ist halt echt nicht mehr das neueste wir haben nun drei größen zusammen spannung gemessen in volt widerstand gemessen in ohm und strom gemessen in ampere und damit haben wir nun etwas was ich einfach nur als genial bezeichnen kann das ohmsche gesetz kein juristisches gesetz welches man mal so mal so auslegen kann nein es ist ein physikalisches gesetz welches knallhart feststeht u gleich r mal i spannung ist also das produkt aus widerstand und strom mathematisch können wir diese formel umstellen wie wir es gerade benötigen i ist gleich u durch r und r ist gleich u durch i mal angenommen ich würde nun wissen wollen wie viel strom fließt wenn ich an meine 1,5 volt batterie einen widerstand von 220 ohm rechne ich mir das einfach aus also der strom ist u also die spannung von 1,5 volt geteilt durch den widerstand r 220 ohm dann kommt da eine sehr kleine zahl heraus nämlich 0,00682 ampere oder einfacher gesagt 6,82 milliampere gut mit diesem beispiel kann man erstmal wenig anfangen in der praxis nehmen wir was handfesteres dazu gibt es noch eine formel p ist gleich u mal i p steht für die elektrische leistung welche wir in watt groß w messen benannt nach dem schotten james watt der die arbeitsweise der dampfmaschine revolutionierte und damit das industriezeithalter ins rollen brachte also zumindest angeblich die leistung ist also immer abhängig von strom und spannung wenn auf einer glühbirne demnach 60 watt stehen so bezieht sich das stets auf 230 volt denn damit soll sie ja betrieben werden wir können hier nun sehr einfach zurück rechnen wie viel strom durch die lampe fließt i ist gleich p geteilt durch u also 60 durch 230 ergibt gerundet 0,261 ampere netter ausgedrückt 261 milliampere das klingt wenig nehmen wir mal einen alten staubsauger mit 2300 watt leistung also 2300 watt durch 230 volt ergibt 10 ampere das ist schon eine ganz andere hausnummer wenn wir jetzt an die gleiche steckdose meinetwegen mit einer mehrfachverteilung noch so einen dicken staubsauger anschließen haben wir 20 ampere auf der leitung und unser 16 ampere leitungsschutzschalter denkt sich früher oder später fuck you nicht mit mir dunkel der fi würde übrigens nicht auslösen denn es liegt ja kein fehlerstrom vor wenn wir also wissen wollen wie hoch die maximale leistung ist die wir aus einer abgesicherten schaltung heraus ziehen können dann nehmen wir die anstehende spannung an hier 230 volt und den nennstrom der sicherungs einheit hier 16 ampere 230 volt mal 16 ampere gleich 3680 watt dieses beispiel dient der veranschaulichung es ist mir bekannt dass wir bei wechselspannung welche unsere 230 volt aus der steckdose nun mal sind ein klein wenig in einer anderen welt sind als beim gleichstrom und dass es beim ls schalter auf die abschalt charakteristik ankommt liebe experten ja 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 zerreißt mich für meine ungenauigkeit ich möchte einfach nur den ball flach halten also so flach wie möglich wir wollen im folgenden hauptsächlich bei gleichstrom bleiben die beiden formeln ohmsches gesetz und die leistungsformel lassen sich auch super miteinander verquicken p ist demnach i quadrat mal r oder u quadrat geteilt durch r zum ende muss ich aber noch einen bringen der einfach unerlässlich ist einer der besten erklärungsansätze ever dafür müssen wir noch mal kurz in die welt der wechselspannung die interessiert uns bis auf ein paar weniger retro computer wie etwa dem vc 20 dessen netzteil allen ernstes 9 volt wechselspannung liefert recht wenig also wenn wir bei wechselstrom oder drehstrom also strom welcher bei uns mit 50 hertz also 50 mal pro sekunde die richtung ändert die leistung berechnen wollen so können wir das mit dem einfachen p gleich u mal i nur dann machen wenn wir einen reinomschen verbraucher haben dies ist aber in den meisten aller fälle nicht drin stets haben wir irgendwo auch eine spule auch genannt rossel und damit eine induktivität so eine spule baut mit dem verfügbaren strom sobald sie saft kriegt stets erst mal ein magnetisches feld auf welches sich dann auch wieder abbauen will dummerweise hält das magnetische feld nichts von deutscher pünktlichkeit und so ist es in seinen schwingungen stets zeitversetzt zum frisch ankommenden strom das ergebnis wir bekommen praktisch wenn sich das magnetfeld gerade abbaut strom zurück auf die leitung geschickt welchen wir dort gar nicht haben wollen diesen blindgänger nennt man blindleistung wir müssen von erzeugerseite her mehr power in das system hinein stecken als wir auf verbraucherseite eigentlich brauchen und das nur um diesen blinden passagier mit zu befördern kompliziert machen wir es easy das hier kennt jeder bierglas jetzt versuche ich hier mal mit meinem mäßigen geschick ein bierchen einzuschenken naja so halbwegs geglückt das glas ist jetzt augenscheinlich voll ja scheinbar im elektrotechnischen haben wir hier jetzt die scheinleistung also die gesamtleistung welche über unsere leitung geschickt wird hier unten ist das was wir zum stillen unseres durstes haben wollen nämlich das zeug das tatsächlich wirkt und so auch dessen name in der elektrotechnik das ist die wirkleistung also die leistung welche unsere angestrebte arbeit verrichten kann und das hier oben darauf kann man zwar infernalisch toll rülpsen aber so richtig bringen tut das nix das ist die blindleistung sie nimmt platz in anspruch sie muss mit befördert werden aber schaffen was bewirken nee das tut die garnet ein kondensator welcher eine kapazität darstellt hat einen ähnlichen effekt wie die zuvor beschriebene spule nur zeitlich betrachtet genau andersherum weswegen man kondensatoren und spulen quasi gegeneinander einsetzen kann um die blindleistung so gering wie möglich zu halten da gibt es ein kleines gedicht induktivitäten ströme sich verspäten und beim kondensator der eilte strumpf hohe und das musste jetzt noch gesagt sein das wäre es mit der notwendigen theorie ein wenig grundlage braucht man halt erst mal und so dass es dann eben doch ein wenig mehr geworden ist als eingangs angekündigt hat mich richtig schön warm geschwätzt und könnte darüber noch ewig schwattronieren ist halt eben fachgebiet aber es muss mal gut sein jetzt diese folge ist mir schon wiederum richtig gemessen haben wir noch gar nichts machen wir dann in der nächsten folge zu diesem thema da gucken wir uns dann auch mal dieses wahnsinns retro gerät jahren zum ende halt doch noch mal der erhobene zeigefinger sorry dafür der elektrische strom ist kein spielzeug denkt doch bitte daran bis zum nächsten mal adele ciao und bye bye euer mic bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal Was es genau ist, was 1897 nach dem italienischen Physiker und Batterie-Erfinder Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio... Scheiße. Hat er beschissen und arme. Auch hier bei der Steckdose ist es nichts anderes, nur dass wir hier, wegen des Wechselstromes, nicht von Plus und Minus sprechen, sondern von der Phase und dem Null. Scheiße. In einem elektrischen Aufbau wird das Teil, welches... In einem elektrischen Aufbau... In einem elektrischen Aufbau wird das Teil, welches... Leck mich doch am Arsch, ey. ... 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